Der Herzogspalast von Dillon, auch Palast der Herzöge von Burgund, ist ein Ensemble mehrerer historischer Gebäude aus dem 14., 15. und 18. Jahrhundert, die im Zentrum der Stadt Dillon in der französischen Region Burgund liegen. Der Bau des Herzogspalasts wurde 1364 unter der Herrschaft Herzog Philips des Kühnen begonnen. Der als Königssohn aus dem Hause Valois ein Jahr zuvor mit dem Herzog Thumburgund belehnt worden war und innerhalb seiner Dynastie der Valois das Hausburgund begründete. Der ursprünglich als Wohnturm konzipierte Tour de Bar im Innenhof erhielt er seinen Namen durch die Gefangenschaft René I. von Anjo, Herzog von Bar. Der als Gefangener des späteren Herzogs Philips des Guten nach der Schlacht von Bulgneville 1431 bis 1437 in diesem Wohnturm untergebracht war. Überragt wird die Palastanlage durch den Tour Philipp Lebon, der in der Regierungszeit Philips des Guten errichtet wurde und 52 Meter hoch ist. Das prunkvolle Hofleben der Herzöge, das Johann Heusenge im Herbst des Mittelalters schilderte, hatte an diesem Ort sein Zentrum. So hatte der herzogliche Hoforden, der Orden vom Goldenen Vlies, seinen Sitz in der später zerstörten Saint-Chapelle de Dion, der Kapelle des Herzogspalasts. Nach dem Tod des letzten Valois Herzogs galt es Kühnen und der Heirat seiner Tochter Maria von Burgund mit dem habsburgischen Erzherzog Maximilian. 1477 zog der französische König das Lehn des Herzogtums Burgund wieder ein. Das Wort an zur französischen Domaine-Royale gehörte, der Palast wurde von nun an zeitweise von den französischen Königen genutzt. 1799 wurde im Gebäude nach der französischen Revolution das Musée des Boards eingerichtet. Das Nebengemälden insbesondere die früher in der Chartreuse des Champs-Môles befindlichen Grabmäler der Valois Herzöge ausstellt. Die Gebäude wurden 1862 und noch einmal am 22. Mai 1926 als Monumenthistorik klassifiziert und dadurch unter Denkmalschutz gestellt. Heute befinden sich auch das Rathaus, die Touristeninformation, eine Kunsthochschule und das Regionalarchiv im Gebäude. hinter der Rückmeldung von Phrymus